Musik Wir starten 2012 im März, bereits mit einer fantastischen Logimat, 930, 950 Ausstelle, viele, viele Neuheiten. Und dann anschließend in Juno unser neues Projekt in Hamburg, die Transfer-Lok, wo wir die Intralogistik, die komplette Transportlogistik, Seehafenverkehre, Seehafenumschlag, Hinterlandverkehre, über die Telematik, Anwendungssicherheit, Zielmärkte, skandinavische Märkte, baltische Startup-Pole. Ein tolles Event. Ende 2012 werden wir hier stehen und sagen, das war ein tolles Jahr.